Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört haben. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befähigt wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da, da, da. Untertitelung ab 20.04.2021 Oh 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 Spuder den gelingten Alster! Knuckst den Anlicht im Haus! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank.